So, ähm, ich würde mal sagen, wir gesellen uns hier der Gesellschaft und sprechen mal ein paar Leute an hier. Ihr seht hier, der Punk geht richtig hier zur Sache. So. Musikfestivals sind ja so spaßig, der Rhythmus bringt mich richtig in Schwung, Mui. Woran denkst du gerade, Mui? Wie geht's denn so? Ich bemühe mich, dass hier alles so ordentlich bleibt wie am ersten Tag. Putze muss sein, Mui. Und du, Boki? Es ist echt cool, dass wir solche Partys in unserem eigenen kleinen Paradies hier feiern können, Digga. Mal schauen, wohin der Rhythmus mich trägt. Tanzen, als gäbe es kein Morgen. Ja. Äh, ich genieße gerade das Leben hier, Kairi Noah. Kann ich etwas für dich tun? Ja, wie geht's dir so? Ja, fantastisch. Hier gefällt's mir. Ich bin hier mit der Welt im Reinen und im Einklang mit meiner Umgebung. Ja, deswegen dieser Ausdruckstanz. Ich bin allerdings etwas eifersüchtig, dass du auch Häuser für andere entwirfst. Oh oh. Party ist vorbei. Hey ho, der Rhythmus rockt. Das ist so krass alles. Ich werde gleich mal so richtig abhotten, Snorz. Na ja, Kairi Noah, es geht. Ja, wie geht's dir so? Ich könnte echt nicht besser gehen. Mit der Ferienhütte hast du mir was krass Gutes getan, Snorz. Falls ich mal wieder deine Hilfe brauche, gebe ich Bescheid, Kairi Noah. Okay. Nur? Oh, wie wir glücken. Es geht doch nichts über ein feines Musikfestival auf einer schicken Ferienhütte. Oh, Ursula. Boah, wenn ich hier um die Ecke eine Ferienhütte hätte, könnte ich beim Festival noch krasser abfeiern, ey. Yeah, geil. Ihr seid richtig geil drauf, ne? Genauso wie Giesbärd. Bei einem so tollen Festival wie diesem gibt es keine Entschuldigung, nicht mitzufeiern, Mango. Alejandro. Ah, nein, Leandro. Ich dachte schon. Alejandro. Ich liebe ja das Festival-Leben. Und genau für derartige Events wäre ein Ferienhaus hier nicht zu verachten. Okay. Einen echten DJ habe ich ewig nicht mehr gesehen. Schon der Gedanke lässt mal Blut tanzen. Hurra. Ich merke schon. Ich merke schon. Wir sind alle richtig drauf hier. Was für ein Glück, auf meine alten Tage doch mal so ein Spektakel erleben zu dürfen. Boing, boing. Und du? Jessie? Alles klar? Yeah. Woo! Was für ne Show! Hey, keine Nummer. Ist wohl gerade frei, stimmt's? Ey, so qualm, was geht ab, Fieb? Mein Ferienhäuschen ist echt dufte. Super. Die Ferieninsel ist super. Das Meer ist super. Ich liebe mein Leben. Yay. Boah, Alter. No, das ist echt klasse. Mein Körper fühlt den Rhythmus, als ob meine Muskeln Wackdance tanzen würden. Jo, Karinor. Alles klar bei dir, Wihi? Ja, die Strände hier sind spitze zu trainieren. Die Weite, die frische Luft, der lose Strand. Ein erstklassiger Muskelkart ist jedenfalls schon mal garantiert. Okay? So. Was für dir? Ist echt cool, dass wir solche Partys in unserem eigenen kleinen Paradies hier feiern können. Guck, Guck. Mal schauen, wohin der Rhythmus mich trägt. Tanzen, als gäbe es keinen Morgen. Ich genieße gerade das Leben hier, Karinor. Kann ich etwas für dich tun? Wie geht es dir so? Hier ist der beste Ort, um meine freien Tage zu verbringen. Wenn ich jetzt noch einen Weg finden könnte, wie alle meine Tage frei wären. Ach ja. Augen auf, mal hergesehen. Moment. Bist du bereit? Wupp dich. Cool, oder? Hab ich heute gelernt. Ich hab vieles gelernt heute, Wupp dich zu sagen. Zum Beispiel. Das sah gerade ein bisschen falsch aus. Aber hey. Ich seh gerade, wir haben vier Zuschauer. Lasst euch nicht vom Chat einschlichtern. Ihr könnt auch gerne hier kommentieren, wenn ihr möchtet. Es gibt auch Pizza. Guck mal. Ja, Katsuki-Tipp gibt auch Pizza aus hier. Hallo, Karinor. Mein Ferienhaus ist echt wunderbärchen. Genug Platz für all meine Snacks. Kann ich dir mit etwas helfen? Nee, wie geht es dir noch? Gartenarbeit macht Spaß, wenn man einmal angefangen hat. Ich bin jetzt ständig im Garten. Wie wäre es mit einer Fernsehshow? Kokon im Garten. Dann sehen alle, wie lustig das ist. Und dann kommen sie zu mir und machen die ganze Arbeit für mich. Oh, der ist genauso kaputt wie ihr. Ist das nicht cool? So. Ach, mit dem haben wir ja schon gesprochen. Ja, 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 ja. Ja, alles. Okay, lass uns plaudern. Danke, aber im Moment bereite ich mich mental auf meine nächsten Bizepsübungen vor. Bis bald mal. Okay. So, was ist mit dir? Lass uns das Tanzbein schwingen. Machen wir die Nacht zum Tag, Tröten? Oh, Kairi Noa, wie schön. Was kann ich dir für dich tun, Tröten? Wie geht es dir so? Das heißt, bei der Ankunft in dieser lieblichen Oasis ist meine Haut ganz rosig geworden. Ist es fast möglich, dass mein ganzer Stress da hingeschmolzen ist, Tröten? Oh, okay. Eckart! Eckart ist auch wieder dabei. Ist echt cool, dass wir solche Partys so in seinem eigenen kleinen Paradies hier feiern können, Bocco. Mal schauen, wo ich nach Rhythmus mich trägt. Ach so, der sagt auch dasselbe. Okay. Dank dir könnte mein Leben gar nicht besser sein. Ich sollte eine Party schmeißen. Einfach 621 bei der engsten Freundereinladung losfeiern. Ja, komm, bringen sie doch alle mit. Du kommst doch auch, oder? Wir hören Elektropopo, verputzen Milchreis. Bis zum Morgen. Yeah. Milchreis verputzen. Das ist jetzt geil. Das ist das Ding. So, aber jetzt ist es aber gut, glaube ich. Boah. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin auch ganz ehrlich zu euch. Ich habe gerade überhaupt nicht mit gerechnet. Das ist mega Zufall. Oh, stimmt. Ich habe ja den Orangekuchen bekommen. Schafft Sternis rein. Der Rübenkurs muss knallen. Ja. Genau. Der Rübenkurs muss knallen und... Ich muss malochen. An jemand da draußen. Als ich neulich auf der Bank in der Sonne saß, kam mir doch glatt eine gute Idee für eine Bastelanleitung. Die musste ich mit wem teilen? Da habe ich sie in eine Flasche gesteckt. Halt dich ran. Viel Spaß, Ansgar. Aber das Ranken-Outfit habe ich doch schon bereits. Okay. Ach genau. Ich kann mich auch sogar hier hinsetzen. So. Dann schauen wir einfach mal. Aber ich hoffe, die Party hat sich gelohnt. Geile Party hat sich gestohlen. Gelohnt. Herz, Herz, Herz. Oh. Ja. Jetzt gibt es Garilo. Möchtest du mit der Arbeit beginnen? Ja, komm. Machen wir. Wunderbar. Dann leg los. Okay. Viel Glück. So. Dann schauen wir mal, ob wir jemanden finden. Okay. zwölf Millionen Sternis. Ja, geil. Schau mal, ob hier vielleicht jemanden noch rumlungert. Ja, ich gehe im Café. Hallöchen, willkommen. Oh Gott. Ich würde bei mir gerne einen Kochunterricht geben. Was ist mit dir? Brutladen. Ja, ich gucke mal eben, was... Ah, wo stehst du denn wie ich? Schöne Aussicht. Okay. Ach, weißt du was? Ich gehe zur Party, Mäute. Erika, Mäuschen, komm her. Aber Erika... Erika hat tatsächlich schon eine Bude. Ach, weißt du was? Weißt du was? Ich höre ja, ihr wollt unbedingt, dass Erika mit von der Partie ist. Dann machen wir das mal. Ich muss mal eben nur kurz husten. Kratzen im Hals. Dann würde ich mal sagen, holen wir mal Erika zu uns. Wenn sie nicht jetzt direkt eingeschlafen ist oder so. Ich hoffe nicht. So, dann suchen wir mal nach Erika. Die müssen wir nämlich erst mal bestechen. Wo ist sie? Wo ist Erika? Wo steckt sie? Ah, ist sie zu Hause? Sie ist zu Hause. Sie ist zu Hause. Da ist sie. Und den Vogel? Ich kann aber, glaube ich, nur eine mitnehmen. Ich kann, glaube ich, nur eine mitnehmen. Die gefällt es wohl bei mir. Meine Einrichtung ist einfach auch unfassbar süß, Funke. Hey, Bock auf Party? Ah, du schenkst mir was? Ja. Hier. Souvenirpralinen. Der Wahnsinn. Souvenirpralinen. Du bist ja echt süß. Danke, OSK. Jetzt merke ich total, wie urlaubsreif ich bin. Ich muss unbedingt sofort auf der Ferieninsel abhängen. Echt jetzt? Du nimmst mich mit? Kein Spaß? Ernsthaft? Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist, Funkel. Ja klar, los geht's. Wow, OSK. Du bist voll die Beste. Komm schon, geh in mir. Ja, dann tun wir ihr den Befallen. Nächstes Mal ist Samra dran. Dann kann sie nämlich ihren Booty shaken. Mal wollte ich ackern. Jetzt mach ich hier voll die Party, Mann. Da wären wir schon. Woohoo. Von diesen Inselchen krieg ich einfach nie genug. Nie, nie, nie. Danke, dass du mit mir hergedüst bist, OSK. Und jetzt werde ich's mir irre gut gehen lassen. Oh, du hast Begleitung aus Harmonia dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß auf der Insel. Äh? Ähm. Ähm. Wo ist die Party? Wo ist die Party? Äh. Wo ist sie? Ich hab's mir doch nicht eingebildet. Was? Äh. Aber. 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 Äh. Aber. Oh, wo ist sie? Sag bloß, ich hab sie jetzt umsonst hingebracht. Nein. 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 Die wird mich killen. Oh, nein. Oh, nein. Lass mich raten. Die Party ging wahrscheinlich nur bis 0 Uhr. Ich glaub, die Party ging bis 0 Uhr. Und als ich zurückgegangen bin, ist sie weggegangen. Boah, ist das gemein. Das ist gemein, Mann. Guck mal, wie glücklich die ist. Ich hab genug von meiner Gage eingepackt, um echt mega viele Souvenirs für zuhause zu shoppen. Ferien ohne Shopping wären wie ein Beach ohne Strandfunkel. Äh, ohne Sandfunkel. Oh, ich fühl mich so mies. Ich fühl mich so mies. Ja, wär sie, wär sie da gewesen, wär das nicht passiert. Da waren noch andere dabei. Tja. Dann schauen wir mal. Wo ist sie denn? Erika? Erika! Erika! Wo ist sie? Ja toll, wo ist sie jetzt hin? Jetzt hat sie sich verpisst. Ist das ein Ernst? Ach, da ist sie. Hä? Was ist denn da? Was ist da? Wo schaust du eigentlich hin? Das war echt mega heute. Ich bin noch so hyper. Ich bin bestimmt eine ganze Woche Wachfunke. Danke für die Hilfe neulich. Also, was denkste? Ähm. Ein Umbau. Mitbewohner. Sollen wir einen Umbau machen? Was wollt ihr gerne sehen? Was ein Stimmungskiller, das Kackvieh. Was? Jotisches Funkelvieh. Boah. Du schiebst Überstunden. Ja. Okay. Ähm. Sollen wir sie einfach nur besuchen? Oder? Sollen wir die Bude umbauen? Oder Mitbewohner einschleusen? Das könnt ihr entscheiden. Eins. Zwei. Oder drei. Okay. Wie gesagt, ich warte nur drauf. Versuch, Umbau oder Mitbewohner. Mitbewohner zum Sparen. Okay. Wie jetzt? Mein Ferienpalast teilen? Also, so ein Angebot kann ich unmöglich... Unmöglich abschlagen, Funkel. Dann lebt mein Publikum quasi bei mir im Haus. Überlass alles mir. So ein zweites Ferienpalast? Das gibt voll die mega coolen Partys. Ich bin dabei. Danke für deine Anfrage. So, du willst also einen Mitbewohner. Carinoa, du kannst für unsere Kundin einen Mitbewohner finden, oder? Ganz bestimmt. Finde einen Mitbewohner für Erika. Erika. So. Ganz langsam. Ich soll mit einer gewissen Erika zusammen wohnen. Kann ich sie erstmal kennenlernen? Wir müssen erstmal abchecken, ob wir zusammenpassen. Dann wird das nichts. Ist das... Ist sowas dazwischen gekommen? Ich hoffe, du denkst an mich, wenn es sich wieder eine Gelegenheit ergibt. Du weißt, wo du mich findest. Okay. Such was Fisches. Wie soll ein Kinderwerk? Was? Was meinst du, was dann für ein Tier rauskommt? Eine Ente und ein Löwe. Bestimmt gut. Wie finde ich, sollte man mit jemandem zusammen wohnen? Ich weiß ja nicht. Ist nämlich schon klar, dass ich nicht immer der Umgänglichste bin. Ich sag dir was. Setzen wir uns mal zusammen und schauen, wie es so läuft, Boing Boing. Wo das Beste sein? Tja, man sieht sich kleines. Wie gesagt, ich spreche mal hier mit den Leuten hier am Strand und mal gucken. Ihr könnt ja selber dann entscheiden, wen ich dann als Mitbewohner verwenden soll. Wie kann ich helfen, Jaul? Ah, du suchst eine Mitbewohnerin für Erika. Und dachtest du gleich an mich? Ja, auch ich habe bereits meine diversen Optionen auf den Ferienhausmarkt in Betracht gezogen. Doch wäre ich mit jemandem wie Erika kompatibel? Wir kennen uns doch nicht einmal. Ach, vergiss es. Oh, habe ich was Falsches gesagt? Nun lass mich wissen, sofern noch etwas ansteht, Jaul. Okay, hier sind aber noch mehr, ne? So, was ist mit dir? Wie jetzt? Du willst, dass ich mit jemandem zusammenziehe? Ich? Oh, vielleicht wäre es ja witzig. Also gut, wen soll ich abchecken? Muss doch wissen, wenn ich künftig die Bude voll krümel rumrum. Wollen wir dann gleich los? Sonst kippe ich vor lauter Spannung noch aus den Latschen. Ja, später vielleicht. Vielleicht besser so. Bei der Wahl von den Mitbewohnern sollte man lieber nichts übers Knie brechen. Okay, was ist mit dir?